Alter, ich lese so viele Dinge gerade. Sue Ströming darf nicht auf ein Flugzeug von British Airlines transportiert werden wegen Explosionsgefahr. Inwiefern kann ein ewig lang gegammelter Fisch explodieren? Kann mir das bitte jemand erklären? Es würde mich sehr amüsieren, wenn du einen Nörgeldämon ausplayen würdest. Es wäre mega geil mit so einem riesigen Bodysuit einfach. Ich spiele auch tatsächlich mit diesem Kommentar, mit diesem Gedanken. Aber mal gucken, vielleicht wird das noch. Also es würde mich amüsieren, ich gebe es offen zu. Aber ja, diese Art von Kommentar ist halt echt bizarr. Sonderbar, sehr sonderbar. Es ist wirklich auch einfach immer noch schade, dass das irgendwie immer noch so sehr ein Ding ist, diese Art von Ansicht. Also, weißt du, so ein Hammer-Cosplay und was will man denn machen, wenn man halt einfach eine Frau ist? Ja, das ist die Frage, Maurice. Was will man denn machen, auf eine Frau zu sein? Ja, genau. Darfst du dann irgendwie, musst du dann irgendwie, um zu beweisen, dass du nicht dein inhärentes Frau-Sein in allem schamlos ausnutzt, musst du dir dann bei jedem Cosplay den hässlichsten Charakter aussuchen, den das Spiel zu bieten hat. Und immer nur den Cosplayen, um die Anerkennung von dieser Art von Mann zu bekommen. Also, WTF? Ja, also ich muss sagen, ich lebe auch ganz gut ohne dessen Anerkennung. Ja, absolut, absolut. Und, ja, nee, also ich, das hat gar keine weitere Diskussion verdient, diese Art von Mensch. Es ist nur immer wieder schade, wenn ich sehe halt, also, alle Frauen, wo ich immer auch, vor allem, wo ich sehr den direkten Vergleich habe, weil sie was ähnliches machen wie ich. Also, meine Kollegin bei GameStar oder jetzt du, Streams Strategie spiele, ich Streams Strategie spiele. Der Unterschied ist halt einfach krass. Und wirklich an alle, die das nicht glauben, Leute, glaubt es mir wirklich. Ich bin seit Jahren in der Gaming-Branche. Ich kenne Frauen, die machen den Job seit zwei Jahren. Ich mache ihn seit acht Jahren. Und die haben schon zehnmal so viel Bullshit bekommen für die gleichen Sachen wie ich. Wenn du einfach nur einen Spieletest machst, dem die Leute nicht zustimmen, der Unterschied ist so absurd. Und ich habe wirklich schon Meinungen vertreten, die objektiv Schwachsinn sind. Ich mag Dawn of War 3, aber ich mag keinen Mass Effect. Stell dir mal vor, wenn du das als Frau öffentlich und auch noch so aggressiv, wie ich das mache. Ich neige dir dazu, meine Meinungen auch sehr aggressiv zu vertreten. Ich weiß sehr genau, was jede Frau, die einfach exakt das Gleiche machen würde wie ich und nur eine Frau wäre, bekommen würde. Es ist wirklich schlimm. Und es wäre echt schön, wenn das mal ein bisschen aufhören würde. Aber ich will jetzt auch gar nicht hier riesige Rants halten. Wir haben ein Spiel. Wir haben ein Spiel. Wollen wir nochmal kurz recappen, wie die Lage ist. Ich glaube, bei dir ist sie spannender als bei mir. Denn du hattest durchaus ein bisschen Stress in letzter Zeit. Letzte Runde, ne? Ja. An der Mauer und so. Ich habe leider das Schlangentor verloren und muss es komplett neu aufbauen. Und ich habe auch das Schildkröten-Tor verloren und muss auch das neu aufbauen. Und das Drachentor gehört jetzt dir, weil ich es verloren habe. Gleichzeitig habe ich im Norden oben immer noch gegnerische Fraktionen. Also ich habe hier einen Aufstand von, was ist das, Korn-Einheiten vor der Stadt des Shu-Geng-Gan. Also ich habe da ein bisschen was zu kämpfen gleich oben. Aber ich habe viel Armee, ich habe viel Geld. Ich bin auf 106.000. What the fuck? WDF. Ich habe sehr viel Geld. Ich habe ein paar Aufstände, über die ich mich jetzt kümmern werde. Mir ist auch eine Armee gewiped, sehe ich gerade. Das hatte ich schon wieder vergessen. Aber wir sind schon damit beschäftigt, die wieder aufzubauen. Und ich habe auch mittlerweile wirklich die finalen richtig geilen Einheiten. Also mit mir kämpfen ist jetzt schmerzhaft. Wird gut. Ich freue mich. Sehr gut. Ich derweil mache eigentlich nur das Gleiche, was ich immer in Boerhämmer 3 mache. Ich bin auf Ogerklatschfeld zu. Dankeschön, Mariechen, für die zwölf Monate. Bei mir ist das Leben so ein bisschen langweilig geworden. Vielen, vielen Dank. Weil ich sonne mich ja so in dem Schutz, den du dem Land gewährst. Also bei dir im Land ist halt die Mauer und alles brandet dagegen. Und ich hocke da so unten rechts in der Wüste und denke mir so, ja, ja, das ist ja, also meine große Schwester macht das schon. Ähm, jetzt nicht mehr ganz, weil ich habe jetzt ein Tor als, ne? Ich bin der Verantwortungsbewusstse, kleine Bruder. Drei Tore kannst bitte du machen. Aber eins kann ich mal übernehmen. Und dann fühle ich mich auch schon toll, als würde ich was beitragen. Ähm, aber da haben wir ja noch Kapazitäten übrig. Dankeschön, Singleplayer. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, was doch allmählich alle im Land nervt. Dankeschön. Dass ständig unsere Krawanen unten von Oger überfallen werden. Und Dankeschön, Zippel Konua für den Prime-Send. Und deswegen bin ich hier, allein die Namen, ne? Bin ich über Bösberg und die Schrottstadt, äh, ins Ogerland eingefallen. Und, ähm, böse Zungen sagen, der Feldzug stockt gerade ein wenig. Nicht, weil, aber weil diese Ogerlande halt unangenehmes Klima für uns zivilisierte Kathajaner haben. Und, ähm, deswegen kommen wir nicht ganz so schnell voran, wie es geht. Aber wir haben schon viele Oger getötet. Also ist das gut. Ich habe übrigens gestern auch meine Solo-Kampagne beendet. Und ausgerechnet Speckus war mein Endgegner. Weil Speckus als einziger vor mir die, die vier, äh, Seelen hatte. Und dann musste ich ihn noch einmal wegklatschen, bevor ich die Endschlacht machen konnte. Und es hatte eine poetische Befriedigung. Mein lieber Kollege Fabiano war im Chat, der ja Oger-Fan ist. Er war ganz empört, was ich da treibe. Aber war halt, wie es der Chat oft ist, komplett machtlos, es aufzuhalten. Ähm, es war, es war ein gutes Gefühl. Es war ein gutes Gefühl. Und genau, das ist die Lage, wie sie aktuell ist. Und ich habe nicht ganz so viel Geld wie du. Ich habe mein sündiges Slaanesh-Geld schon wieder verschleudert. Ach, das ist schon wieder weg bei dir. Ja, ja, ich habe es alles ausgegeben für, 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 ähm, in den Kneipen von Han Yu habe ich es vertrunken. Gut. Mehr oder weniger. Aber, aber ich habe immer noch 10.000. Äh, ich bin im Plus. Ich habe drei Armeen. Also es, es könnte auch alles schlimmer sein. Und gerade muss ich mich ein bisschen regenerieren, äh, ist die, ist die Lage, bevor ich... Es war vielleicht nicht taktisch super schlau, Krieg mit allen Oger-Fraktionen auf einmal anzufangen. Möglicherweise ist da mein blinder Oger-Hass auch ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber, aber jetzt ziehen wir es halt durch. Hast du ernsthaft mit allen Krieg angefangen? Also zumindest mit mehreren Benachbarten. Äh, ich bin mit der... Und dann, dann habe ich halt gemerkt, oh, hier sind auch noch Orks und Zinich, die mich auch nicht mögen. Äh, und bin da so ein bisschen reingestolpert. Aber, das ist halt jetzt so. Und, ähm... Jut. Klar, also wenn, wenn du das so einfach, also wenn das für dich so einfach ist, dann... Ja, das ist jetzt halt, äh, die, die Lage, ähm, und... Meine Karawanen sind so... Also, mir sind meine ganzen Karawanen weggestorben. Das ist eher das, was mich ärgert gerade. Wegen den Ogern, siehste mal, ne? Also das ist halt auch, äh, ganz, ganz klar... Ogerschuld. Ja, eindeutig. Ganz klar Ogerschuld, auf jeden Fall. Mein Chat fragt, ob du es versoffen hast. Also das Geld. Vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen. Kann man die Namen sich selbst ausdenken? Bösberg und Schrottstadt klingt nicht sehr motivierend. Naja, es ist ja... Das ist der Standard. Also die Motivation ist halt dahin, es zu zerstören. Ja. Also die Motivation spüre ich schon sehr. Das einfach wegzumachen. Ja. Es wird bei mir gerade gefragt, das können wir gerne nochmal erklären, äh, wie die Yin-und-Yang-Mechanik funktioniert bei Kassai. Äh, du hast oben diese Harmonie-Leiste und musst Gebäude und Helden bauen, die entweder Yin- oder Yang geben. Und wenn du im perfekten Gleichgewicht bist, kriegst du massive Boni auf der Kampagnenkarte. Ähm, da bin ich leider gerade nicht. Du glaube ich auch nicht, weil du ja hast viel konföderiert. Doch. Ich habe Yin-Yang jetzt endlich nach irgendwie zu 30 Runden habe ich es jetzt endlich balanciert und ich bin endlich wieder in der Balance-Akt, genau. Und deswegen bekomme ich diplomatische Beziehungen plus 10 mit Kassai, Wachstum plus 20, Baukosten minus 5% auf jeden Gebäude und Einkommen aus jeden Gebäuden plus 5%. Ähm, dafür ist mein Einkommen aus Yang-Gebäuden minus 5%, weil ich habe meine Gebäude, also all in all bin ich in Harmonie, aber meine Gebäude sind es nicht komplett. Deswegen habe ich, glaube ich, keinen kompletten Bonus. Also da gibt es ja irgendwie auch noch so Unterstufen. Ja. Voll gut. Gut, dann muss ich noch irgendwas, was will er hier, Karawanenmeister. Maurice überfällt deine Karawanen, um einen Kriegsgrund gegen die Armeen der Oger zu fingieren. Wow, das wäre niederträchtig. Ich würde es dir zutrauen. Aber es ist ja nicht notwendig, weil ich mag die Oger ja nicht, aber ich würde es dir zutrauen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich würde es mir auch selber zutrauen, ehrlich gesagt. Also das klingt, klingt wie etwas, was ich durchaus tun würde. Ach Blödsinn, ich habe falsch gelesen, mein Fehler. Ich war mit meiner Maus zu weit links. Ich bin komplett in Harmonie. Ich habe diplomatische Beziehungen plus 20, Baukosten minus 20%, Wachstum plus 40, plus 25 Einkommen aus Yang, plus 25 Einkommen aus Yin, Kontrolle plus 8, Korruption minus 5, alle Provinzen und Armeefähigkeit, Ahnenkrieger, alle Armeen. Also das ist ein ziemlich fetter Bonus. Voll gut. Ja, ja, die Harmonie gibt wirklich viel, wenn du sie ein wenig, äh, beachtest. Es ist nur tatsächlich gar nicht so leicht, das zu tun. Das ist wahr. Aber, aber die ist auf jeden Fall ein mächtiger, also ich finde das eine sehr coole Mechanik tatsächlich. Also die, die gibt dem Volk nochmal irgendwie eine coole eigene Sache, die man so beachten sollte auf der Kampagnenkarte. Hallo Annika und hallo Shadow Detox. Und die, die finde ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich Spaß macht auch, weil die Boni sind cool. Es ist jetzt auch nicht mega ein schlimmes Gefrickel oder sowas, finde ich, dass du das beachtest. Ähm, also, finde ich einfach eine, eine sehr, sehr coole Mechanik. Ich freue mich so auf den Mortal Empires. Ja, ja, bislang leider noch nicht wirklich viel, was sie gesagt haben dazu. Ah, ich freue mich so, wenn es dann kommt. Es muss ja kommen. Es kommt ja. Es ist ja... Garantiert. Wenn es ein bisschen länger braucht, ist das okay. Ich freue mich einfach, wenn es da ist. Weil das gerade im Chat auch gefragt wird und ich beantworte das gerne ganz frech für beide Chats. Welches Warhammer ist eigentlich am besten für jemanden geeignet, der damit noch keine Berührungspunkte hatte? Ich muss ehrlich sagen, ich finde Total War Warhammer 3 ist am geilsten, um damit zu starten. Weil du wirst halt auf lange Sicht sowieso den dritten Teil spielen. Weil du alle Fraktionen und alle, ähm, alles, was es halt gibt im Warhammer-Total-War-Universum, kannst du danach im dritten Teil verbinden, vereinen, wenn die Mortal-Empire-Karte rauskommt. Ähm, aber was dir halt der dritte Teil jetzt anbietet, ist, du hast weniger Fraktionen zum Start, was es übersichtlicher macht und meines Erachtens nach auch leichter, um es zu lernen. Und du hast diese Kampagne, diesen Prolog, der in dem Spiel inkludiert ist, der dich a, ein bisschen in die Geschichte mitnimmt und dich auch dann abholt, wenn du überhaupt keine Ahnung von dem Franchise hast. Du musst nichts wissen und es ist trotzdem catchy und spannend zum Spielen. Und es erklärt meines Erachtens nach das Prinzip von Total War Warhammer besser als alle Vorgänger davor. Also egal, ob du das Spiel schon mal gespielt hast oder nicht, spielt auf jeden Fall den Prolog. Ich finde den sehr, sehr gelungen. Mich hat der mega abgeholt und ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen. Es kam tatsächlich allerdings bei mir im Chat gestern ein Gegenargument dafür, weil ich auch eigentlich bislang so dieser Meinung war. Hallo Paul und hallo Varla. Wir haben direkt eine Schlacht. Ich muss, ja, weil ich verliere das sonst. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Jawohl. Es kam ein Gegenargument gestern bei mir im Chat, das ich interessant fand und selber bislang nicht bedacht hatte, dass Warhammer 3 aktuell für Einsteiger keine Kampagne hat, die keinen Zeitdruck hat. Weil du kannst nur diese chaosreiche Kampagne machen, die wirklich dich ziemlich hetzt am Anfang. Ähm, und das ist was, was ich mir abschreckend durchaus vorstellen kann für Einsteiger. Und es macht noch eine zweite Sache falsch, die könnt ihr aber umgehen, wenn ihr das wisst. Es markiert die völlig falschen Fraktionen als einsteigertauglich. Weil das Spiel sagt dir, nimm Katharin oder den Dämonenprinzen. Das waren die beiden Fraktionen, die Pia und ich jeweils zum Start genommen haben. Ich kann jetzt erfahren, der Dämonenprinz ist keine gute Einsteigerfraktion. Auf keiner Ebene. Der hat eine mega schwierige Startposition und ist auch noch kompliziert, weil er so einen großen Armeeroster hat und diese haufenweise Items hat. Fang mit Katsai an. Ich finde, die beste Einsteigerposition ist meine hier, Zhao Meng. Das ist eine sehr ausgewogene Armee, keine schwere Position. Du hast die Fraktion, die Pia spielt, die die große Bastion für dich hält und in der Regel auch als KI-Fraktion sehr stark wird. Das muss man als Start spielen. Dann wird es deutlich besser. Und scheut euch nicht, einfach auf leicht zu starten. Weil es ist nicht die Art von Spiel, wo schwer so ein bisschen der normale und immer noch Easy-Mode ist. Ich finde tatsächlich schwer in Warhammer 3, in deiner ersten Kampagne, ist schon recht knifflig. Ja. Wenn du es mal raus hast, weniger. Also wir spielen jetzt hier auch auf schwer und es ist schon vergleichsweise easy diesmal. Aber meine erste Kampagne auf schwer mit dem Dämonenprinzen habe ich komplett verbockt. Ja, würde ich unterschreiben. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und ja, also ich hoffe auch natürlich sehr auf Mortal Empires und es ist tatsächlich schade zu sehen, dass die Stimmung gerade wirklich nicht gut ist in der Community. Und ich verstehe es zum Teil. Ich teile es nicht ganz so krass. Also ich finde diese Kampagne nicht so abgrundtief scheiße, wie sie gerne gemacht wird. Und ich finde, sie hat viel Positives. Aber sie hat offensichtlich auch ihre Probleme. Und ich merke auch, ich habe nicht die Motivation unbedingt, das Chaosreich jetzt noch irgendwie dreimal mit anderen Fraktionen zu machen. Man hat so das Gefühl, wenn man es mal durchgespielt hat, hat man es durchgespielt. Und ich finde, sie müssen auf jeden Fall, und das würde schon viel lösen, bis Mortal Empires einfach eine Option geben von Anfang an, ohne die Chaosreiche zu starten. Einfach nur eine Domination-Kampagne auf der Map mit den Völkern. Wäre schon super cool, das braucht es halt. Aber kurz mal noch, bevor wir darüber weiterreden, wo soll ich mich aufstellen? Wo gehen wir hin? Ich habe hier so eine kleine Truppe vor den Toren. Ja, ich habe dir ein paar Sachen gegeben in der Hoffnung. Also wir haben halt nicht so viel Armee. Ich glaube, wir können das gewinnen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir brauchen die Türme, die ordentlich arbeiten. Und ich glaube, wir sollten die Türme ordentlich arbeiten lassen. Weil sonst werden wir das nicht schaffen. Es wäre für mich aber sehr, sehr wichtig, dass wir das schaffen. Weil sonst reißt er mir dann eine Stadt ein, die ich wieder komplett aufbauen muss. Und darauf habe ich wenig Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage mir gerne, ob du noch mehr Armee brauchst. Äh, gute Frage. Ich habe halt den Helden hier. Ah, der Held ist auch noch bei dir. Ne, warte mal. Ist der bei dir? Mhm. Den kann ich dir auch noch geben. Aha. Dann solltest du, glaube ich... Weil mehr kann ich dir dann auch gar nicht mehr geben. Weil sonst halte ich die Seite nicht. Weil hier kommen noch mehr Leute. Ja. Gut, dann probieren wir es. Boah. Wird schwierig. Will ich nicht verhehlen. Diese ganze Zerfleische hier. Eine Katastrophe. Das wird eine komplette Katastrophe. Okay. Ich bin ready. Bist du ready? Jawohl. Jawohl. Welches RTS wäre eurer Meinung nach das einsteigsfreundlichste? Man darf ja an der Stelle nicht vergessen, dass Warhammer gar kein RTS ist, ne? Kein klassisches, genau, ja. Es ist halt rundenbasiert mit Echtzeitschlachten. Aber es ist so gesehen kein... Also, es hat Echtzeitschlachten. That's it. Was ist das Einsteigerfreundlichste? Ich glaube, wenn man RTS oder wenn man Realtime Strategie gerne spielt, dann sollte man sich die Frage nicht nach dem leichtesten stellen. Weil ist es nicht eines der Charakterzüge dieses Franchises, dass es nicht leicht ist? Du solltest eher nach dem gehen, was dich einem Ersten anspricht. Und was dir halt wichtig ist. Möchtest du mehr Wirtschaft machen? Möchtest du mehr Krieg machen? Möchtest du einen Roleplay-Charakter dabei haben? Ich würde bei sowas... Also, all diese Spiele sind lernbar und machbar und haben unterschiedliche Schwierigkeitslevel, wo du die einfach wirklich lernen kannst. Gut, die sind ja dafür da, dass man damit Spaß hat und nicht, dass man dafür eine Ausbildung machen muss. Ja. Aber ich würde nicht nach dem leichtesten gehen. Ja, würde ich auch sagen. Es ist kein leichtes Genre, leider. Was heißt ja leider? Das macht das auch so schön. Ja, ja. Das macht es auch cool. Aber es ist, wo man gucken kann, was nicht ganz das Gleiche ist wie einsteigerfreundlich, aber welche ATS haben einen coolen Singleplayer-Modus und eine coole Story. Da wäre zum Beispiel in letzter Zeit Iron Harvest zu nennen, das eine echt coole Kampagne hatte und nicht so auf den Multiplayer-Stress ausgelegt ist. Wohingegen ich zum Beispiel Age of Empires 4, so sehr ich es mag, dir nicht empfehlen würde, wenn das dein Ziel ist, weil es anspruchsvoll ist und stressig und die Kampagne ich gar nicht so toll fand. Ich habe unseren wichtigsten Zauber verballert. Welcher ist das? Ich habe so einen mega krassen Damage-Zauber und ich habe den leider falsch gesetzt, weil ich doof bin und jetzt haben wir den nicht mehr. Aber ich habe die Ahnenkrieger eingesetzt. Also das ist super doof, das könnte uns potenziell sogar den Sieg kosten, dass ich das gemacht habe. Das war echt nicht so klug. Ich habe den jetzt das erste Mal gesehen und wusste nicht, was er macht und habe es zu spät rausgefunden. Ich versuche sie so ein bisschen hinzuhalten und sie einfach viel laufen zu lassen, damit die Türme gut was machen. Ja, das ist das I try, I try to. Ich habe jetzt hier hinten noch einen Turm gebaut, aber die brauchen halt auch so lange, bis sie da sind, die Türme. Ja, meine Truppen sind auch gerade sehr langsam unterwegs. Aber je mehr Zeit wir sie ... Ja, jetzt habe ich leider diesen Trupp verloren, das ist bisschen blöd. Ah, die kommen da hinter uns schon durch. Ja, ja, wird schwierig. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, aber das ist in Ordnung, meine Armee ist auf dem Weg, ich werde die Leute rächen. Ich glaube, da hat man wirklich zu wenig Ruhe, Kraft, um die zu schlagen. Auch einfach zu wenig Versorgungspunkte, ne? Ja. Dafür ist das einfach nicht stark genug. Mein Turm ist jetzt da, den ich da oben gebaut habe. Und das ist halt zu late. Ich komme auch einfach ... Also ich habe hier zwei Einheiten und die kommen halt gegen die Chaoskriege der Kone nicht durch. Korn nicht durch, weil die einfach stärker sind. Die sind richtig stark. Ja, ja, die sind eine sehr mächtige ... Auch so eine sehr mächtige Basic-Einheit, die ich auch sehr viel benutzt habe in meiner Kampagne. Ja, das war's. Das war's. Es war schön, an deiner Seite gekämpft zu haben. Rennt, Männer. Rennt. Rennt um eure Germknödel. Ja. Boah, ich habe Bock auf Germknödel. Ich habe jetzt ... Ich bin total glücklich. Ich esse ja gar kein Fleisch mehr. Und so zwei Dinge, die ich mir immer gerne, wenn ich zu faul war, zu kochen gemacht habe, waren so Fischstäbchen und Chicken Nuggets. Und ich habe jetzt endlich die so Veggie-Versionen davon gefunden, die man mit Pommes zusammen mega geil einfach in den Ofen schieben kann. Oh. Und die sind halt ... Man muss ... Also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich finde sie nicht so geil wie Fischstäbchen und Chicken Nuggets, so. Aber sie sind geil genug, dass ich damit glücklich bin. Und ich bin super glücklich damit. Moment. Welche sind es denn? Äh ... Die Nuggets habe ich von ... Ähm ... Die Nuggets habe ich von ... Ähm ... Wie heißt's ... Äh ... Rügenwalder. Mhm. Und die Fischstäbchen sind sogar selber von Iglo. Ach, tatsächlich? Ja. Oh, das muss ich mal aufstellen. Die haben veganen Fisch und die ... Man muss halt sagen, ich finde die Fischstäbchen sind eine gute Alternative, um halt was zwischen die Zähne zu bekommen, was geil schmeckt und was man auch geil dippen kann. Aber sie schmecken meines Erachtens nach noch nicht wirklich wie Fisch, so. Okay. Das muss man sagen an der Stelle. Aber trotzdem, das werde ich auch mal ausprobieren. Ich hatte jetzt ... Also Chicken Nuggets, finde ich, ist tatsächlich inzwischen ... Da ist die Technologie sehr gut fortgeschritten. Ja, weil die echten Nuggets auch nur Schaum sind, gefühlt. Ja, 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 genau. Weil es auch nicht so schwierig ist, vielleicht. Äh ... Aber die ... Äh ... Also da ... Die ... Die ... Ich habe die von ... Vegetarian Butcher, da hatten wir schon mal drüber geredet, die finde ich auch ziemlich gut. Ähm ... Also das geht inzwischen echt gut, finde ich. Jo. Ähm ... Du musst unbedingt von Vegetarian Butcher diese Chikarikiki oder wie die heißen ... Stimmt, das hast du mir schon mal empfohlen. Das ist so gut. Ich mache da ... Ich hole mir quasi immer so einen ... Ähm ... So einen leicht scharfen Delikatessen-Senf ... Und Honig. Und mische das zu so einer eigenen Sauce. Und dann packe ich da ... diese Chikarik-Dings-Streifen rein und mariniere das damit und brate es dann an. Und dann hast du so eine Honig-Senf-Sauce. Und das ist einfach geil. Also das ist wirklich ... Halleluja. Das klingt in der Tat sehr, sehr gut. Mhm. Aber mir werden gerade lauter Dinge empfohlen und jetzt werde ich richtig hungrig. Und ich freue mich gerade, weil ... Geil. Ähm ... Pizza, die ich mir in den Ofen schieben kann gleich. Oh, immer gut. Und das werde ich wahrscheinlich gleich machen. Und sie hoffentlich nicht verbrennen dabei. Ja, ich merke aber gerade, wie ... wie katastrophal outmatched wir hier sind. Ich habe hier einen Trupp Kornkrieger ... wirklich eigentlich perfekt in die Zange genommen, weißt du? Du verlierst das. Also zwei Lachensträger halten die Front. Reiter von hinten rein. Bogenschützen vorher noch Truff. Und trotzdem gewinnen die. Das ist ... Da sind einfach unsere Einheiten zu schlecht, glaube ich, um das zu gewinnen. Also das war eigentlich in aller Bescheidenheit perfekt gespielt. Und trotzdem dieser eine Truppe reicht schon aus, um mich hier komplett zu dezimieren. Nein, Schadan. Nein, es tut mir so leid. Boah, Day of Billions muss ich auch mal wieder spielen. Holy Shit. Darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Hast du das gespielt? Äh, nee, aber ich habe jetzt in letzter Zeit die ... Ich habe die Fantasy- und Mittelalter-Varianten davon gespielt. Boah, spiel unbedingt auch mal Day of Billions. Also, holy shit. Aber ich habe viel Age of Darkness gespielt in letzter Zeit. Und jetzt, und das spiele ich auch morgen wieder um 18 Uhr weiter, ist Diplomacy is not an option. Hast du das schon gespielt? Nein, ich habe gelesen auf Twitter, dass das gut sein soll bei dir. Ja. Und jetzt habe ich das auch auf meiner Liste von, da gucke ich noch rein. Das ist so ein bisschen Day of Billions meets Stronghold. Oh. Was, wie ich dich kenne, dich gut anspricht. Oh, ja. Mit sehr schönem, albernem Fantasy-Humor. Ähm, mich hat er total abgeholt, weil du halt so ein richtig dekadenter Adelsfürst bist, der halt Bauernrevolten am Arsch hat oder zu viel Steuergelder für die Vorhänge seiner Ehefrau ausgibt und so. Oh, ist das geil. Es ist herrlich. Ich liebe sowas. Und ich musste so lachen bei diesem Spiel. Ähm, und ich will jetzt, ich will jetzt, ähm, mein Chat hatte die Idee und ich will es, äh, weil ich habe natürlich den Berater immer vorgelesen. Und ich will jetzt der offizielle Synchronsprecher dafür werden. Ich will den vertonen, wenn das auf Deutsch kommt. Ähm, weil, weil, weil ich mich so mit ihm identifiziert habe, mit diesem versnobpten Berater, den du da hast, der dich immer wieder informiert, was der dreckige Bauernpöbel heute wieder tut. Ähm. Da sehe ich dich auch, um ehrlich zu sein. Ja, es gibt, aber mein Chat hat mir dann eine moralische Entscheidung. Es gibt witzigerweise tatsächlich eine Entscheidung in dem Spiel, ob du dich dann der Rebellion anschließt oder königstreu bleibst. Und mein Chat hat dann gevotet, dass ich mich den dreckigen Bauern anschließe. Und witzigerweise ist das dann der Hard-Mode, weil du halt dann natürlich plötzlich nicht mehr gegen Leute mit Mistgabeln kämpfst, sondern gegen eine organisierte königliche Ritterstreitmacht. Oh. Und, äh, richtig, aber richtig, richtig coole Mechanik auch. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das, das war so ein wenig, äh, also Thomas ist dort auch schon noch nicht perfekt, im Early Access auch noch nicht sehr viel Inhalt, aber auf jeden Fall ein Spiel zum Auge behalten. Ähm. Gott, ich werde auf so vielen Seiten gerade angegriffen. Das kann ich automatisch machen. Das ist gut. So, jetzt müssten die auch wieder weiter rekrutieren, oder? Ja, jetzt rekrutieren die auch wieder weiter. Sehr gut. Gut. Ich dachte gerade schon. Mhm. Was will ich denn da noch haben? Äh, die Wuxing Kriegerkompass-Dings, hatten wir gesagt, mit Ranged-Einheiten, ne, diesen Kriegskompass. Genau, das ist so ein Bach-Ding. Und mit einem Astromanten. Genau, da braucht man eigentlich nur einen davon. Das wird betitelt als Streitwagen, aber ist nicht wirklich eine Kampfeinheit. Genau, das hatten wir. Das heißt, in der Armee macht das bei mir nicht so einen Sinn, weil ich in dieser Armee nicht so viele Bogenschützen habe. Was will ich denn hier noch drin haben? Nochmal Pferdchen? Drei Pferdchen reichen doch eigentlich, oder? Puh. So, ich glaube, wir müssen unsere beiden Armeen hier allmählich mal ein bisschen vereinen. Das wäre, glaube ich, wichtig, dass wir beide Armeen hier runterziehen und hier Nebelklammen und Teil der Titanen nehmen. Äh, ich habe gerade keinen Überblick, worum es bei dir geht. Einfach nur Ogre töten, grundlegend. Ach so. Also, äh, mache ich jetzt auch gerade wieder das Lager, der Blutgurgler wird hier. Da kannst du deinen Magier auch später auf den Kompass setzen, das passt auch gut. Aber dann muss ich den ja nicht extra bauen, oder? Das ist ja nur ein Mount, dass ich beim Kommandanten selber dann lerne, oder? Ja. Aber beim Helden meine ich. Von welchem Spiel hat Maurice gerade geredet? Mit Diplomacy is not an Option. Genau, das ist tatsächlich, äh, ich weiß noch nicht, ob ich es halt jemandem, also ich kann es jetzt nicht garantiert empfehlen, da für den aktuellen Early Access Stand schon 20 Euro auszugeben, weil es ist halt ein Endlos-Modus und zwei Kampagnen-Missionen aktuell drin. Aber es macht richtig Spaß, ähm, also auf jeden Fall ein Spiel, das man im Auge behalten kann und sollte, meiner Meinung nach. Dann setze ich mir das mit meinem, genau, mein Astroman bekommt den da oben, den Kriegskompass. Dann packe ich da meinen Magier einfach später drauf und dann geht das. Easy. Easy, easy, easy. Ich muss nur jetzt aufpassen, die, ich hab da oben so ein paar wütende Armeen. Das ist ein bisschen stressig. Aber hier, Sanchi ist jetzt safe, das passt. Da oben haben sie mir leider die Stadt Shugen eingerissen. Aber da ist halt auch eigentlich nichts mehr, was jetzt... Also das ist alles instant tot, wenn ich da einmal rankomme. Die könnte ich sogar noch mal töten. Instant tot nicht. Instant tot find ich gut. Ja. Ich hab halt auch so viel Geld, ne, es ist halt... Es ist halt bescheuert. Also ich hab grad vorhin 20.000 ausgegeben und ich hab schon wieder 100.000. Also ich mach halt plus 6.500 pro Runde. Wow. Und das, obwohl ich zweieinhalb Armeen habe. Also es ist echt entspannend gerade. Ja, mein Problem ist, dass ich das... Es ist immer wieder, weißt du, die Ogre sind einfach zu blöd, um ihre Provinzen zu verwalten. Deswegen, du kommst halt da rein und siehst, oh, es ist überall Nörgel-Korruption. Du regenerierst keine Truppen. Ähm... Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber... Das kriegen wir schon alles hin. Kann man auch irgendwie hier... Niemand mag Geringverdiener in Warhammer. Hallo, Torsch. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich selber keiner bin. Deswegen möchte ich mich da eigentlich gar nicht so hart äußern. Ich hab eigentlich immer Geldprobleme bei Warhammer. Das ist das erste Mal, dass ich keine habe. Plus 8500 Geld pro Runde. Verdammt gute Steuerberatung. Ja, da könnte ich mir sogar einen ganzen Stall von Pferden holen. Stimmt. Stimmt. Du hast tatsächlich, äh, offenbar in diesem Spiel einen sehr guten Finanzberater. Krieg, Maurice. Krieg ist der Finanzberater. Das stimmt, das stimmt. Krieg bringt das Geld in unsere Reichtum, äh, das Geld in unsere Reiche. Ja. Ja, ich hol's mir... Also, ich mein, ich hol mir jetzt wirklich nur von den Ogern zurück, was sie über... über Jahre, ähm, äh, geplündert haben aus unseren Karawanen. Das ist ja alles eigentlich unser rechtmäßiges Eigentum. Muss man ja, finde ich, schon sagen. Ja, so kann man das äußern. Das ist wahr. Oh, Speckos, Speckos Goldzahn rückt an hier. Speckos Goldzahn will angreifen. Das wird spannend. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen ihn tatsächlich geschlagen, wenn er kommt. Äh, in der gefallenen Stadt. Die hat zwar so gut wie keine Garnison, aber unsere Armee ist ein bisschen stärker als, äh... Das wird... Als seine. Also, unsere Armee ist ein bisschen stärker als seine. Die Garnison hier ist leider noch sehr geschwächt. Ähm, aber wir haben hier eine recht starke Streitmacht eigentlich. Müsste eigentlich funktionieren. Gott, und jetzt habe ich da hinten oben immer noch diese unfassbar anstrengende Armee, die da durch die Gegend rennt. Und jetzt auch noch Kuhnlan angreifen möchte. Wo wollt ihr mich eigentlich rollen? Das ist furchtbar. Okay, die sind auf jeden Fall fast durch. Dann lass uns doch hier mal ordentlich auf Bogenschützen gehen. Was sind denn die besten Bogenschützeinheiten? Ja, ich glaube, die... Also, in dem Gebäude, wo du die himmlische Drachenwache hast, gibt es ja auch noch irgendwie himmlische Bogenschützen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen. Ähm... Irgendwo habe ich die doch auch schon. Oder bin es zumindest zu weit. Die Armbusschützen des himmlischen Drachen. Genau, ich glaube, das sind die besten, die du als Kathai haben kannst. Kann ich die schon? Ich kann die schon. Ich muss mal gucken, wo ich die schon bauen kann. Weil das billiger ist, wenn ich meine Armee dort hinschicke, als das global zu rekrutieren. Wird gefragt, hören die Karawanenüberfälle auf, wenn man die Oga-Fraktion zerstört? Es ist ein wissenschaftliches Experiment, was ich hier mache. Ich weiß es nicht, aber genau das will ich rausfinden. Also wenn ihr das richtig gehört habt, ja, er möchte gerade alle Oga wipen, nur um rauszufinden, ob er was davon hat. Ja, ja. Also Pia, ich sehe das bisschen so wie, man macht ein Experiment und das Resultat wird so oder so die Welt verbessern. Also bisschen wie zum Beispiel halt auch so erneuerbare Energien und sowas. Es wird ja so oder so besser, wenn das klappt. Aber vielleicht hat es noch mehr positiven Effekt, als wir denken. Vielleicht sind nicht nur die Oga weg, was prinzipiell schon die Welt verbessert. Vielleicht verdienen wir dann auch noch mehr Geld. Also du würdest jetzt das Ausrotten der Oga mit erneuerbaren Energien vergleichen? Ja, schon. Ich lasse das unkompetiert. Ich würde den Chat sein eigenes Urteil bilden lassen. Etwas Gutes für die Welt macht, sagt mein Chat, ja, ja. Gut. Okay, aber es sagen auch, Maurice ist ein Monster. Äh, mit richtig putzigen, weinenden Anime-Emotes. Äh, jemand andere nimmt dein Yoka-Messer-Emote, äh, win-win. Äh, ja. Also, glaube ich. Ich werde also wieder mit reingezogen, okay. Mhm. Du wirst immer mit reingezogen, weil es gibt in meinem Chat genug Yoka-Zuschauer, dass eigentlich immer jemand deine Emotes parat hat, wenn sie benötigen werden. Damit man die Verantwortung schön auf mich schieben kann. Genau, genau, genau. Das ist super. Ja. So, Speckus belagert uns. Das wird er büßen. Also, langsam könnten wir jetzt auch wieder Risse bekommen, finde ich. Stimmt. So, wir haben eine Schlacht gegen Speckus, die wir schlagen sollten, weil er mir teure Einheiten wegnehmen will sonst. Jawohl, let's go. Was ist, wenn die Yoka wichtig sind, damit andere Monster nicht zu groß werden? Das könnte ein gefährlicher Eingriff in die Biosphäre von Warhammer 3 sein. Dafür müsste man erstmal definieren, was Oger sind. Meines Erachtens nach ist Speckus Minimum ein Parasit. Ja, ja. Und das würde bedeuten, dass nur er selbst davon profitiert, zu existieren. Mhm. Ich glaub schon auch. Also, guck ihn dir an. Hallo, Daichan. Andererseits steckt in mir auch eine waschefte echte Dunkelelfe. Für mich sind auch Hochelfenparasiten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Skaven. So, wo kommt hier unsere Verstärkung? Ach nee, wir haben sie schon, unsere Garnison. Ob wir sie sitzen. Okay, das ist eine ganz gute Position eigentlich. Wir können hier richtig schön mit unserer Artillerie schießen. Ich würde zwei Sekunden aufspringen und mir nur die Pizza in den Ofen schieben. Jawohl. So, ich guck dabei schon mal. Also, sie können halt auch von hier unten kommen. Aber eigentlich auch nicht. Also, da müssen sie ewig hier rum eiern. Das werden sie zumindest eine Weile brauchen. Ich glaub, wir sollten hier oben eine schöne Linie aufbauen. Und natürlich die rechte Flanke ein bisschen abgrenzen. Die Kavallerie vielleicht in den Wald. Wenn er da kommen will. Kriegen wir die da rein, dass sie alle getarnt sind? Ja. So. Dann die Artillerie. Hier so hin. Davor die, diese Schützen. Und den Kompass zum Baffen. So, dann die Bogenschützen. So, ich bin wieder da und bereit. Jawohl. Lieber Chat, bitte erinnert mich an die Pizza, weil sonst verbrennt mir die. So, du ziehst. Entschuldigung. Jawohl. Ich baue gerade eine Linie auf. Und du kannst dann gerne noch Feedback geben, ob das sinnvoll aussieht. Dankeschön, Chat. Und was du vielleicht auch noch ändern würdest. Äh, zwölf Minuten. So, ich habe jetzt unsere Fernkämpfer alle so halt auf den Mügel gesetzt. Machen wir zehn, sicherheitshalber. Zehn ist, glaub ich, gut. Durch den Kompass gebafft, soweit es geht. Danke, 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 danke. Rechts eine Abgrenzung. Oh, der Magier steht noch ein bisschen. Nee, der Magier ist mein Held. Rechts eine Flankenwache, weil da rechts unten, glaub ich, Ogre auch hochkommen können. Vorne die himmlische Drachenwache. Und links im Wald die Reiter, wenn sie uns da blöd kommen. Du hast einen Mistake drinnen. Jawohl. Ähm, möchtest du nicht deinen Kriegskompass? Ähm, lieber hier haben. Noch... Ja, das ist ein guter Punkt. Dass ja auch noch die anderen... Ja, ja, genau. Weil wenn deine Nahkämpfer nach vorne gehen, dann fehlt auf den Bogenschützen der Buff. Das stimmt, das stimmt. Mhm. So. Was würdest du gerne steuern davon? Also ich spiele immer ultra gerne Artillerie, aber ich nehme, was auch immer du mir gibst. Dann würde ich sagen, gebe ich dir einfach die, die Fernkämpfer, das Fernkämpfer-Kontingent. Jawohl. Samt Kompass. Ich mag das total gerne, wenn da einfach, wenn man so ganz weit im Hintergrund total feige steht und nicht angegriffen werden kann und einfach mit riesigen Brocken auf die Leute wirft. Und gar nicht, wenn sie wie Ameisen zerquetscht werden und sie sind so weit weg, dass du ihre Schreie nicht mehr hören kannst, aber du stehst zu dir vor. Das ist, wie man mit Ogern umgehen muss. Absolut. Ich tue vielleicht meinen Helden noch vorne an die Front, weil rechts haben wir die Terrakotta-Wache als Flankenwache. Jawohl, dann bin ich bereit. Bist du auch bereit? Äh, ich liebe... Man muss die nur kurz durchmarkieren. Jawohl. Äh, mein Chat schreibt gerade gleich, wird wieder gebufft mit Gänsewüßchen. Nein, ich habe diesen Fehler einmal gemacht. Einmal, der wird nicht nochmal passieren. Ich bin bereit. Hast du nicht gerade wieder unseren besten Zauber verballert gehabt? War da nicht was? Nein. Nein. So, jetzt werden Ogern geklatscht. Speckus, gerade gestern haben wir uns schon gesehen. Du lernst das auch nicht. Ah, diese Artillerie ist wunderschön. Ja, ein bisschen auch den Wald anzünden. Ja. Wenn wir den Wald nicht haben können, dann darf ihn niemand haben. Ich hatte neulich eine Albernheit. Ich hatte eine Kislev-Truppe. Das war dieser kleine Grom, was so eine fette Kanone ist. Die stand vor einem Baum. Also direkt davor. Von der KI. Und hat ständig dagegen gefeuert. Und der Kanonenball ist von so einer ganz dünnen Tanne abgeprallt. Alter. Weil das Spiel keine Baumzerstörung wohl kennt, was das angeht. Alter. Das wäre vielleicht mal auch ein gutes Update. Ja. Baumzerstörung. Dass man Bäume actually zerstören kann. Das stimmt. Ich spiele ja gerade auch Elden Ring. Und da hauen Bosse ständig den halben Wald um. Ähm. Wenn du irgendwie deine Panic-Rolls machst. Also das ist tatsächlich sehr cool. Das finde ich echt cool. Also das klingt auch sehr cool. Ich habe auch selber mega Bock auf Elden Ring. Ich werde das auch noch spielen. Auf jeden Fall. Tja. Du bist ja Souls-Veteranin, oder? Ja. Wie kommt es, dass du es noch nicht gespielt hast? Äh. Einfach. Also es war halt einfach super, super viel. Und mich hat auch so ein bisschen in meiner Planung, dass meine OP verschoben wurde. Und dann ewig lang nicht feststand, wann ich operiert werde. Hat mich voll durcheinander gebracht. Wann jetzt was released wird. Und dann hatte ich so einen totalen Denkfehler. Weil ich mir aus irgendeinem Grund eingebildet habe, dass das Spiel nur auf der Playstation ist. Was ja voller Gerblödsinn ist. Und ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass bei meinem Hauptmonitor, den ich zum Gaming nutze, funktioniert der HDMI-Anschluss nicht. Oh. Das heißt, ich habe den über, wie heißt das, DP-Dingsterbumster drinnen. Mhm. Und das passt auch richtig, richtig gut. Ähm. Aber es passt halt nicht mehr so gut, wenn du es für die Playstation an den HDMI-Switch packen möchtest. Ah, verstehe. Und jetzt kann ich es nicht mit der Playstation spielen, weil damit hätte ich Verzögerungen drin. Und dann habe ich halt gesagt, ich warte, bis mein neuer Bildschirm da ist. Und dann ist mir bewusst geworden, so ein Blödsinn. Du kannst das auch einfach bei Steam spielen, so. Aber ja. Es wird, also ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ja, wir haben uns schon wieder zu nah zusammengestellt. Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass deine Nahkämpfer ein bisschen weiter vorlaufen werden. Und jetzt sind meine Dudes voll aufgerieben, weil die Ogre durchrennen durch deine Leute. Oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich bin grad schon mit meinem Helden da. Der wird jetzt hier Speckus auf die Fresse geben. Ich habe ein paar Ahnenkrieger noch gerufen. Ich hatte da die Terrakotta-Wache. Ich dachte, die hält die ein bisschen besser auf. Aber die gammelt grad irgendwie so am anderen Ende herum. So, aber jetzt... Wir sind ja trotzdem, wir stehen ja ziemlich gut da, wenn man sich die Stärke-Berechnung anschaut. Ja, auf jeden Fall. Ich mach mir da keine Sorgen. Aber tatsächlich... Ich buff diesmal auch richtig. Das ist auch ganz gut. Also diesmal... Jetzt wird Speckus mal gefressen. Die da weglaufen wollen. So, die rechte Flanke haben wir auch. Die hier können mal so ein bisschen... Da rein. So, ich schick die von der rechten Flanke dahin. Er hier... Ich find's so geil, wie stark mein Held inzwischen ist. Der nimmt halt einfach gar keinen Schaden mehr. Selbst gegen Speckus. Geil, er ist auch Speckus. Und macht ihn halt richtig... Ja, ja, aber das ist ein so geiler Anblick, wie er hier versucht... Dieser schäbige Ogre... Auf seinem peinlichen Wagen... Versucht da noch so einen Drachen wegzuknüppeln. Und einfach nur kassiert. Und mein Held spürt nicht mal, was Speckus da macht. Ist das nicht einfach wundervoll? Es ist wundervoll. Es ist in der Tat wundervoll. Ja, Ogre. Du hast dir das ausgesucht mit deinen Karawanenplünderungen. Weg ist er. So. Und damit haben wir's. Wusstest du, dass du im Norden, in der schwebenden Stadt, ein Spezialgebäude bauen kannst, bei dem du lokal die himmlischen Amboschschützen auf Level 8 rekrutieren kannst? Oh. Voll gut. Ich hab das bestimmt schon mal gelesen und völlig vergessen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich guck gleich... Wahrscheinlich hab ich das Gebäude sogar schon gebaut und hab's einfach vergessen. So wie ich mich kenne. Also... Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ich guck gleich noch mal rein. Hallo Hitman! Und Dankeschön! Oh, ich hab's gerade erst gesehen. Vielen lieben Dank für den Raid, der auch reinkam. Das ist sehr nett. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Gut. Und dieser eine Trupp Verschlinger hält sich irgendwie noch. Aber... Haben wir gleich. Ähm, für mich wird auch wirklich ein Traum wahr, ne? Meine Reitlehrerin schickt mir jetzt einfach an Tagen, an denen ich nicht da bin, Fotos von den Pferden. Oh! Und ich bin einfach so... Voll schön! Ja... Ich hab so viel Pferde in meinem Leben gerade. Das war doch wundervoll. Ey, was das Spiel auch immer als knappen Sieg definiert. Ähm, vielleicht ein Viertel der Armee verloren und er fast alles. Und das Spiel sagt, oh, da ist aber fast, hätten sie dich platt gemacht. Wenn die Helden so OP sind, warum nicht nur mit diesen in den Kampf ziehen? Habe ich bei Might & Magic immer gerne gemacht. Ähm, grundlegend kannst du nur einen Kommandanten pro Armee haben. Und du hast eine maximale Anzahl an Helden, die du rekrutieren kannst. Und die musst du auch erstmal hochleveln. Die sind erst stark, wenn sie hochgelevelt sind. Und die sind auch teuer. Und grundlegend... Also, ich weiß gar nicht. Kann man 19 Helden in eine Armee packen? Kann man sich das leisten? Ich glaube, man kann. Also, wenn man es irgendwie hinbiegt, geht das. Es gibt auch tatsächlich, ähm... Einer der größeren Total War YouTuber, Legend of Total War, macht das gerne, dass er experimentell guckt, wie krass kann einfach nur ein Held werden. Also, der macht dann Sachen wie Skarbrand Doomstack, was einfach nur Skarbrand gegen eine volle Cathai-Armee ist. Und wie man den setten muss, dass er das gewinnt. Allein. Äh... Das ist sehr, sehr geil. Also, was diese Hardcore-Total-War-YouTuber, äh, äh, rausholen, äh, aus diesen Spielmechaniken, finde ich immer wieder sehr, sehr cool zu sehen. Ja, dafür habe ich einfach nicht genug Ahnung von dem Spiel. Und auch, wir hatten ja schon mal, finde ich, man hat auch nicht die Zeit sich dafür... Dafür musst du dich halt wirklich sehr intensiv eigentlich mit nichts anderem befassen. Und wenn du Spiele-Redakteur oder Variety-Streamer bist, in unseren beiden Fällen, gibt's halt einfach eine Grenze, wie viel Zeit du auch nur mit dem einen Spiel verbringen kannst. Ähm, aber ich find's trotzdem, also, das ist ja... Dafür gibt's ja dann diese YouTuber. Also, das ist ja dann deren Nische, die ja super cool ist. Und ich find das sehr spannend zu sehen. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Oger weggehauen. Fantastisch. Ein gutes Tagwerk, Leute. Ich kann nicht ran. Aber mir gibt es auch selber nichts, sowas zu machen. Also, ich bin halt eher die... Ich möchte gemütlich Dinge raus... Also, ausprobieren und so weiter. Ich bin halt... Da einfach so... Ich mag das. Dass ich so ein bisschen rumprobiere. Und das ist halt nicht... Dass ich nicht so OP-Sachen stacke oder so. Das ist nicht mein Spielstil. Ja, versteh ich total. Oh, ich muss meine Pizza checken. Jawoll! Danke schön, Lena, für den Raid. Das ist super lieb. Und hallo an alle. Ich muss nur ganz schnell meine Pizza holen gehen. Sonst verbrennt die mir. Und danke schön, Chad, fürs Erinnern. Zwischen kann ich über Pia tatsächlich sehr viele coole Einheiten verbündet rekrutieren. Aber ich habe ja auch selber ein bisschen was, was ich gut rekrutieren kann. Auch wenn es länger dauert. Ich würde jetzt mal diese Kavallerie, glaube ich, einfach ersetzen. Die bringt wirklich nicht viel. Und wir nehmen stattdessen die Flieger. Dich. Und jetzt werden wir nach dem Kavallerie nach dem Kavallerie nachbauen. Hier ist eine gute Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man das so trieft, das fände ich richtig ekelhaft. Ja, bin ich auch kein Fan davon. Hast du Gustavo Gusto schon mal probiert? Das ist bei mir so der König der Fertigpizzen. Und ich hatte auch noch kein Sponsoring von ihnen, aber ich habe es mal im Stream erwähnt und ein Kollege von mir, der Julius, dessen Mitbewohnerin arbeitet dort, die hat dann arrangiert, dass ich einfach per Post eine ganze Kiste voller Pizza bekommen habe. Wow, das ist geil. Das war für mich auch so der Gipfel dieses dekadenten Streamer-Life, von dem alle so weit so immer reden. Du kriegst einfach Pizza zugeschickt, wenn du mal sagst, dass du sie geil findest. Und das ist tatsächlich, und ich habe auch inzwischen schon viele im Chat überzeugt. Also war das für sie worth it auf jeden Fall, dass sie dir Pizza geschickt haben? Ich war davor schon Fan von denen. Und also mein Chat stimmt mir auf jeden Fall zu, dass das eine ganz, ganz famose Fertigpizza ist. Wie stehst du zu Ananas auf der Pizza? Oh, nein, 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 nein. Das ist zu vermeiden, wenn es möglich ist. Sehr gut. Bisschen wie Oga eigentlich. Warum kann ich jetzt hier meine Stands nicht ändern mit diesem Helden? Warum kann ich hier nicht in Lagerstellungen gehen? Ananas auf der Pizza ist ein bisschen wie Oga. Können wir das bitte festhalten? Ja. Das ist so ein schönes Bild, dass du damit malst. Ich würde das gerne spielen. Jawohl. Mal die neue Einheiten habe. Oh. Und wir die Einheiten ausprobieren. Du hast die fliegenden Pferdchen, ne? Mhm. Geil. Die habe ich jetzt auch zum ersten Mal rekrutiert. Dann sehen wir die beide mal in Aktion. Was ist generell dein Lieblingsessen? Ähm, also Pizza ist schon sehr weit oben in verschiedenen Formen. Ähm, was als Kind mein Lieblingsessen war, ist total albern und einfach nur mal irgendwie aus der Not von meiner Mutter geboren, so ein bisschen. Wir haben, das ist alles, was wir gerade da haben, weil wir vergessen haben, einzukaufen. Und dann hat sie einfach einen Berg von Leberkäs, Erbsen und Kartoffeln in einen Topf geworfen, das zusammengekocht. Ähm, und der siebenjährige Maurice fand das so geil, dass das dann das Lieblingsessen wurde. Dass ich, also immer wenn man, wenn ich gesagt habe, ich will Lieblingsessen haben, dann war das, was auf den Tisch kam. Wow. Ähm, was in keinster Weise irgendwie hohe Kochkunst und auch nur irgendwie elegant ist. Ähm, aber ich fand es so geil. Äh, ich mach es mir immer noch ab und an gerne. Lustig. Und bei dir? Ich glaube, ganz oben ist es einfach Raclette. Ich finde... Das ist ja dein Twitter-Markenzeichen. Ja, aber das ist es auch wirklich in meinem tiefsten Herzen. Weil ich... Du kannst halt so viele unterschiedliche Dinge da drauf packen, dass es meines Erachtens nach niemals langweilig wird. Mhm. Ähm, und das ist auch die Art von Essen, wo ich so viel in mich reinknallen kann. Und trotzdem... Also ich werde halt gut satt, aber ich fühle mich nicht... Mir wird nicht schlecht davon. Ah. Und das finde ich halt mega nice so. Ja. Das hast du jetzt auf jeden Fall eloquenter begründet als ich meins. Äh, aber... Sehr gut. Ach, Quatsch. Ich hab dir die Pferdchen sogar gegeben, ne? Geil, ich hab's gesehen, ja. Kannst du die mal ausprobieren? Die sind schon prächtig. Siehnen ein bisschen aus wie so Falter, finde ich. Das stimmt. Die Flügel sind... sind lustig irgendwie, dass das so... Irgendwie... Eigentlich Insektenflügel fast sind, von der Optik her. Äh, aber sie... Du hast ja neulich schon mal gesagt, sie brauchten halt irgendwas, um die zu unterscheiden von denen von Bretonnia. Und, äh, das haben sie ganz gut gemacht. Aber ich sehe gerade, äh, zu meiner Erbauung, diese arme Armee da drüben hat überhaupt... Hat einen Trupp Fernkämpfer. Das heißt, äh, die kannst du jetzt wirklich erstmal richtig schön wegballern. Ja, es kommt gleich noch mega krasse Verstärkung, Kappa. Oh, oh, ich seh's. Wow, das wird richtig hart. Ey, das ist... Da lebst du jetzt schon grad ein bisschen deine sadistische Ader aus. Kann das sein? Ja. Dass du... Dass du diese lächerliche Winz-Armee... Dass es dir einfach jetzt ein persönliches Anliegen war, zu sehen, wie sie stirbt. Ja. Auf jeden Fall. Also allgemein, weil bei mir im Chat auch gerade jetzt noch viel geschrieben wird, ich finde allgemein, die Kartoffel ist so ziemlich das Nächste an einem tatsächlichen Gottesbeweis, was wir haben. Ja. Die Kartoffel... Die Salzkartoffel. Ja, ja. Nicht die Süßkartoffel, das ist richtig, das ist ein Unterschied. Mhm. Die Süßkartoffel ist irgendwie, finde ich, ein sehr überflüssiges Gewächs, weil ich nicht ganz verstehe, warum man sie braucht, wenn man die Salzkartoffel hat. Mhm. Die einfach besser ist. Mhm. Ja. Aber die Kartoffel ist halt einfach... Du kannst so viele wundervolle Dinge mit ihr machen. Ähm. Und so vielseitig, ne? Ja, ja. Chips und Pommes und Bratkartoffeln und Kartoffelauflauf. Also es gibt so viele Dinge. Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei. Ja. Das ist insane. Aus Kartoffelteig kannst du Marienknödel und so eine Sachen machen. Also Kartoffeln sind insane. Es gibt ja sogar Kartoffel... Also es gibt ja alles. Alkohol. Und alles schmeckt gut. Ja, ja, stimmt, genau. Lebercase mit Erbsen und Kartoffeln, wie wir schon festgestellt haben. Kartoffeln, ich könnte den ganzen Tag nur Kartoffeln essen. Ich könnte auch in jedem Gericht Kartoffeln haben. Absolut. Egal, ob es ein Wok ist. Ich habe auch bei, wenn ich, ähm, Rackletmach habe ich auch immer Kartoffeln. Ja. Man braucht nicht viel anderes. Ähm. Das ist Weltklasse. Ich glaube, der Feind hat allmählich gecheckt, dass er nicht die beste Strategie hat. Hm, hm, hm. Ja, da kommt ein Trupp Kavallerie. Kriege ich den abgefangen? Ich hoffe doch. Auf geht's. Kriegt einen kleinen Buff drauf. Oh, ein schöner, zeitgemäßer Buff. Ja, aha. Die hier hole ich dann auf der rechten Seite mit den Flugreitern. Sehen wir die mal in Aktion. Jawohl. Diese norskanischen Kriegshunde, gebe ich zu, sehen aus der Ferne sogar ein bisschen putzig aus, irgendwie. Wie so kleine Fellbälle. Aber da rennen sie. Alter. Das ist halt einfach nur, also, das ist halt einfach nur deleted, ne? Ja, ja. Aber sie kamen noch an. Sie kamen noch an. Das ist, äh... Aber auch nicht wirklich viele von ihnen. Nee. Du kriegst da noch einen Buff, wenn du da gegen den Helden gehen musst. Aber ich glaube, der bricht auch gerade. Ja, der ist gleich weg. Ich tu mal mit den Reitern noch rein. Ich flieg mal auf die andere Armee zu. Da bricht er welch von der Wolfsklaue. Lauf. Ja. Der ist auch gleich wecki weg. Da kennen wir nix. So, ich hab meine Artillerie jetzt ein bisschen gedreht. Die sind jetzt vorbereitet auf die neuen Leute, die kommen. Und mein Flugding schicke ich gerade vor. Sehr, sehr schön. Und der hier wird noch auf der Flucht wurde er von deinen Shotgun-Schützen hops genommen. Das fand ich auch ein bisschen. Leid, aber nur ein bisschen. Naja, also ich meine, also die sind ja wirklich eine Geißel deiner Ländereien. Das sind ja, was die Ogre bei mir sind, sind ja bei dir die hier. Also das, die suchen sich das ja auch aus. Die könnten ja auch sagen, wir greifen jetzt mal nicht wieder die große Mauer an. Absolut. Ja. Und jetzt haben sie auf einmal keine so dicken Eier mehr in der Hose, ne? Also diese Barbaren. Ich find die Artillerie so geil von Kaffee. Die sieht auch einfach satisfying an aus, wenn sie halt einschlägt. Das stimmt. Sieht einfach gut aus. Also es gibt ja noch mehr Einheiten, die gute Artillerie haben. Aber ich find, es sieht auch so viel geiler aus als einfach nur Felsen, die wo ankommen, weil das halt auch einfach so geil brennt. Ja, ich find zum Beispiel bei Kislev, der Little Grom sieht sehr unbeeindruckend aus, weil es halt eine Kanone ist, die einen gar nicht so sichtbaren Kanonenball schießt. Der macht auch gut Schaden, aber so eine ganze Batterie an Feuerwerk ist halt cooler. Und die einzige Einheit, die noch befriedigender ist, aber sie ist leider auch viel schwerer zu benutzen, sind die Feuerdämonen des Zinch, die diese absurden Flammenwerfer-Welt in die Gegner jagen. Das ist wirklich der Gipfel der Befriedigung in diesem Spiel. Das Problem ist, die haben keine Reichweite und sterben schon, wenn du sie schief anguckst. Also, während die Artillerie, die steht halt einfach da und ballert halt alles weg. die ist so sehr stressfrei und angenehm auch irgendwie zu benutzen einfach. Stressfrei und angenehm in Bezug auf brennende Bälle ist, glaube ich, auch für die verfeindeten Armeen so die unangenehmste Kombination, die es gibt, ne? Ja, aber ich meine, die verfeindete Armee hätte ja auch nicht angreifen müssen. Jetzt schießen die auf deinen Ballon, das kann ich nicht dulden. Da werden wir mal in die Tube-Pferdchen reinjieten. Sonst kriege ich gar nicht mit. Ja, und da rennen sie. Ich lasse gerade Bomben fallen. Der ist unter mir durchgelaufen. Was für ein Idiot. Ich lese gerade übrigens ein Fantasy-Buch, wo es witzigerweise gerade um Artillerie geht, weil die Hauptfigur ein Ingenieur ist. Oh, das ist cool. Es könnte dir, glaube ich, gefallen. Dankeschön für die 500 Wits. Sixteen Ways to Defend a World City. Und es ist ein Roman, der im Grunde in einer Fantasy-Welt darum geht, mehr oder weniger um die Belagerung von Konstantinopel in eine Fantasy-Welt. Und die Hauptfigur ist ein zynischer Ingenieur, der halt durch Umstände der Letzte ist, der die Verteidigung der Stadt noch befehligen kann, weil die Armee weg ist, die Flotte ist weg, alles ist fürs Reich beschissen gelaufen. Und dann muss halt so ein zynischer Sack von einem Ingenieur, der überhaupt keinen Bock drauf hat, ihm fällt dann die Verteidigung zu. Wow. Und das ist ein... Bislang bin ich sehr angetan von dem Buch. Und da habe ich gestern eine Stelle gelesen, wo er tatsächlich mit neuer Innovation die Reichweite der Artillerie, weil irgendwie bislang Katapulte kommen nur 250 Meter weit. Aber was, wenn du perfekt kreisrund geschliffene Munition nimmst, die dann noch ein paar Mal bouncet, wenn sie aufschlägt. Und dann hat er da durch die durch die gegnerischen Truppen gepflügt, die halt dachten, sie sind außerhalb der Reichweite. Und die kontern dann damit, indem sie mit Trieböken ankommen, wo er denkt, na, der Trieböke ist doch eine Konstruktion, das hat noch nie funktioniert, das klappt nicht. Und dann klappt's doch und dann ist er wieder am Arsch und so liefern die sich gerade so ein Ingenieurs-Battle, die beiden Armeen. Sehr unterhaltsam und mal was sehr anderes irgendwie im Fantasy-Bereich. Ich war in letzter Zeit ein bisschen oft gelangweilt von Fantasy, weil ich lange keine mehr hatte, die mich so richtig begeistert hat. Und die ist mal wieder ein bisschen erfrischend. Auch vom Ton her, der Erzähler ist so ein bisschen so ein Misanthrop, ein bisschen witzig, also nicht so Terry Pratchett-Level, aber so ein bisschen Humor ist mit drin. Sehr, sehr angenehm tatsächlich. Das ist cool. Das klingt sehr, sehr cool. Hat Maurice irgendwie eine Neigung zum Zynismus? Nee, wie kommt ihr drauf? Nee, noch nie gehabt. Noch nie gehabt. Und das Buch wurde übrigens auch empfohlen von dem lieben Würm hier, also dem Cruella Kings 3 Chef-Übersetzer. Er hat es geschrieben in den Chat, kurz bevor ich gesagt habe, dass das ist, was ich gerade lese. Und ich glaube, es hat ihn sehr amüsiert, dass er so ins Schwarze getroffen hat. Das ist witzig. Was liest du denn gerade? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Zu viel Zeit mit den Pferden. Nee, keine Zeit mehr für Bücher. Nee, tatsächlich nicht, sondern ich lese es momentan nur ich lese wissenschaftliche Artikel und Studienarbeiten über den Bau von Burgen. Oh, auch sehr cool. Weil ich ja selber schreibe und deswegen ich will momentan keine eigenen oder anderen Fantasy Geschichten lesen, weil ich mich halt nicht in meinem Schreibstil oder in meinen Geschichten aus Versehen weginspirieren lassen möchte von anderen Fantasy-Romanen. Ah, smart. Und deswegen bin ich gerade eher in der Geschichtsecke unterwegs und lese halt über wie Burgen gebaut wurden und solche Sachen und das ist auch ganz spannend, aber auch ein bisschen eine andere Erfahrung gerade. Mhm. Verstehe. Mein Chat fragt gerade, wie das Buch heißt, das du empfohlen hast. Sixteen Ways to Defend a Walled City. Und tatsächlich hat mich, es ist eine Trilogie, die hat mich erstmal allein mit ihren Titeln gekriegt. Ich glaube, der zweite Band heißt How to Rule an Empire and Get Away with It. Und der dritte hat auch irgendwie einen ähnlich klangvollen Namen. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, oder ob es überhaupt eine deutsche Version gibt. Das weiß vielleicht jemand im Chat. Ach, es wurde wirklich eins zu eins übersetzt. Sechzehn Wege, eine befestigte Stadt zu verteidigen. Ah ja, und der dritte Teil ist A Practical Guide to Conquering the World. Sorry, jetzt kannst du. Mein Chat hat gerade geschrieben, bzw. jemand in meinem Chat hat gerade geschrieben, Arre Burgen, ich habe Bong verstanden. Ich lese gerade darüber, wie man Bongs baut. Was? Was du dir hier versehentlich für ein Image aufbaust, Pia, ne? Ich habe halt nichts getan, ne? Also wirklich nichts. Ja, aber irgendwoher kommt es ja, ne? Nein, also so fangen wir jetzt gar nicht an. Nicht? Ich finde es aber gerade interessant, das sieht man selten, weil es bei mir im Chat gerade geschrieben wurde, dass das wirklich die Titel dieser Bücher eins zu eins übersetzt wurden. Ja, das ist echt selten. Das ist ja verblüffend ungewöhnlich und ich finde es manchmal schade, weil ich das Gefühl habe, in der deutschen Buchwelt ist für kreative Titel kein Raum. Also ich habe das Gefühl, es wird immer eigentlich irgendwie sehr zusammen, also zum Beispiel die Bücher von Joe Abercrombie werden alle irgendwie auf irgendwas mit Klingen übersetzt, glaube ich, Kriegsklingen und sowas. Und die haben eigentlich viel interessantere poetische Titel auf Englisch und das ist relativ oft so. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass gerade die, die sehr ausgefallene Titel haben, wirklich eins zu eins, wie man ein Imperium regiert und damit durchkommt. Die klingen sogar gut auf Deutsch, wie sie das machen. Das stimmt aber, ja. Da geht bei Übersetzungen, geht, finde ich, auch oft so ein bisschen der Grundgedanke des Schriftstellers verloren, habe ich so das Gefühl. Weil so lustige Wortspiele in den Titeln haben ja ihren eigenen Reiz und ich finde das auch immer total schade, wenn das nicht berücksichtigt wird. Stimmt. Ich meine, ich verstehe es auch, du hast da wahrscheinlich als Übersetzer und als Verlag so ein bisschen die Frage, okay, nehmen wir einen Titel, wo wir relativ sicher sind, dass er wahrscheinlich nicht gut Bücher verkaufen wird, auch wenn er langweilig ist oder riskieren wir den Titel des Autors zu behalten und dann einfach weniger Geld mit dem Buch zu machen, was ja witzigerweise auch nicht im Sinne des Autors ist, blöd gesprochen, der Autor will ja auch Geld mit dem Buch verdienen. Aber es ist manchmal schon, also gerade der deutsche Fantasymarkt, habe ich den Eindruck, hat sich auch ein bisschen so etabliert, dass halt, was sind die Bücher, die sich bei uns am besten verkaufen? die Zwerge, die Elfen, die Orks. Also ich mag diese Bücher auch, aber der deutsche Fantasymarkt ist schon nicht sehr kreativ. Ja, stimmt schon. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ist das der Maurice? Das ist der Maurice. Der GameStar Boy, wie wir letztes Mal so schön festgestellt haben. Hallo, vergift er? Nein, sonst gab ich noch nicht. Mit meinem Chat wurde jetzt direkt gefragt, und hast du schon einen Titel für dein Buch, Pia? Ich glaube, das wird bei mir das Letzte sein. Ich finde den Titel für mein Buch genauso, wie ich den Titel, wie ich die Namen für meine Charaktere finde. Das ist das Letzte, was passiert. Der ganze Charakter steht meistens schon, wenn ich anfange, mir darüber nach Gedanken zu machen, wie ich den jetzt letztendlich nennen möchte. Also, ich bin so ein bisschen genervt. Ich jag da schon wieder so eine Armee durch mein ganzes Reich, und es ist echt einfach ätzend. Ja, hier kommen jetzt gleich, kommen die Ogre jetzt ein bisschen so an, und kommen wahrscheinlich genau eine Runde, bevor meine Rekrutierung fertig ist, was mich etwas nervt. Bullhammerhand, da werden wir, glaube ich, gleich eine Schlacht schlagen müssen, die ein bisschen knifflig werden könnte. Da haben wir eben eine Mission abgeschlossen. Ich musste was niederreißen. Haha. Bei mir wird geschrieben, dass im Deutschen dafür mehr Wert auf einen guten Buch Rücken gelegt wird. So bekommt man deutsche Käufer, schreibt jemand. Also die Beschreibung auf dem Rücken, meint er tatsächlich dann. Das kann sogar sein, dass das dann, äh, ich bin tatsächlich inzwischen, ich hab's gemerkt, ähm, je weniger Zeit ich habe im Leben, und, und je mehr ich, äh, Spiele, und je mehr ich, je mehr ich auch schon gelesen habe, ähm, desto anspruchsvoller werde ich, wie schnell mich ein Buch kriegen muss. Also da bin ich auch inzwischen ziemlich scheiße, so von wegen, wenn die erste Seite nicht sofort mit was Spannendem anfängt, näh, bin ich raus. Krass. Äh, weil, weil ich keinen Bock hab, mir erstmal wieder irgendwie eine Beschreibung der Landschaft durchzulesen, ähm, wenn du keinen interessanten Gedanken zum Anfang hast oder keinen interessanten Erzählstil oder sowas, ähm, bin ich tatsächlich sehr schnell weg. Ähm, wahrscheinlich auch unfair schnell. Wie ist das bei dir? Ich liebe, ähm, Schriftsteller, die es schaffen, mit ihrem Schreibstil Welten in meinem Kopf zu erschaffen. Mhm. Also ich mag das. Ich finde, es ist eine hohe Kunst, ein Buch so zu schreiben, dass du seitenweise Bock hast, dir anzuhören, wie eine Stadt aussieht, aber gleichzeitig in spannenden Szenen etwas nicht künstlich in die Länge gezogen wird. Mhm. Und das ist für mich so, leider kriegst du sowas meistens erst raus, wenn du schon mehrere Kapitel in, in the book bist, so. Das stimmt, ja. Aber das ist so meines Erachtens nach, ähm, die Meisterklasse des Schreibens, weil viele Schriftsteller nehmen, also viele Schriftsteller, finde ich, übertreiben es dann, weil sie dann auch in wichtigen Situationen so künstliche Cliffhanger bauen. So, du wartest darauf, was passiert jetzt und dann liest du drei Seiten lang über die Beschreibung von irgendeinem Raum und bist so, what the fuck, niemand, nobody cares so. Und dann finde ich es halt schade, weil dann geht diese Beschreibung auch verloren, weil sie mich dann nicht interessiert. Aber wenn der, also wenn man es halt richtig macht und es so richtig gliedert, ähm, ich, ich, ich finde, ich finde das total cool, wenn ein Schriftsteller mich so weit abholt, dass er die Geschwindigkeit, in der ich Kapitel lese, abschätzt, in der Art und Weise, wie er es schreibt. Und wenn was spannender wird, dann lese ich ja auch schneller, weil ich schneller wissen will, was los ist so. Und das ist, das ist so mein Anspruch an Bücher und damit werde ich sehr viel enttäuscht, weil das ist ein sehr hoher Anspruch. Verstehe, verstehe. So, jetzt haben wir noch einen Karawanenführer, den wir losschicken können. Dankeschön, Daniel, für die fünf verschenkten Subs. Ich hier. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wo gehen wir mit dir hin? Es ist nur rot bei den Karawanen. Dankeschön, Daniel, Dankeschön. Und Dankeschön, Martin, für die 29 Monate. Ich danke euch sehr. Vielen lieben Dank. Das Rad der Zeit ist zum Teil super zäh und das über 14 Bücher. Ja, moin. Das ist ja großartig. Mein Chat hat geschrieben. Entschuldigung. Nee, mach du zuerst. Nee, alles gut. Ich dachte, du fragst nach dem Buch gerade, um das es ging. Ach so, der Rad der Zeit kenne ich auch. Ich war immer ein bisschen neugierig, weil mein Lieblingsautor, es hat ja diese interessante Geschichte, dass das nach dem Tod des ursprünglichen Autoren von einem anderen fertiggestellt wurde. Mhm. Und dieser andere ist mein Lieblingsfantasyautor, Brandon Sanderson. Aber ich habe halt auch gehört, dass man, um da hinzukommen, wo er das Buch weitergeschrieben hat, durch eine sehr lange, zähe Periode, die irgendwie 5000-seitige Bücher geht, sich lesen muss. Boah. Und da muss ich halt wirklich sagen, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Das mache ich nicht. Das kann ich verstehen. Du hattest noch eine Frage. Ich habe dich unterbrochen. Das tut mir leid. Genau, ich wollte, weil du das mit den Büchern gesagt hast. Welches Buch hat denn bei dir das am besten geschafft, dieses Bild im Kopf zu erschaffen? Was war denn das Letzte, wo ich sage, das hat mir richtig, richtig krass gefallen? Also, ich glaube, eine der Bücher, die ich mit am krassesten in Erinnerung habe, und da weiß ich einfach nicht, ob das damit zusammenhängt, wie jung ich damals war, als ich sie gelesen habe, sind die Bücher von Cassandra Clare. Die schreibt halt so Teenie-Romane. Ich habe den ersten damals gelesen. Das war diese City of Bourbon. Ja, genau. City of irgendwas, kann das sagen. Genau, ja, genau. Und was für mich Cassandra Clare zum Beispiel unfassbar krass gemacht hat und was ich so kaum ein zweites Mal bis jetzt gelesen habe, also die hat den Charakteren in ihren Büchern so viel Charakter verschaffen, dass ich nicht mehr lesen musste, XY hat gesagt. Also ich konnte einfach an der Art und Weise, wie gesagt es geschrieben wurde, wusste ich, welcher Charakter das gerade gesagt hat oder wessen Meinung das gerade ist, weil sie es meines Erachtens nach geschafft hat, den Leuten so gut einen eigenen Charakter einzuflößen, sozusagen. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ich habe Harry Potter abgebrochen zum Beispiel im zweiten Teil. Ich finde Harry Potter ganz furchtbar. Tatsächlich? Mhm. Wie kommt's? Ich finde es einfach nicht gut geschrieben. Interessant. Ich finde Harry Potter einfach langweilig geschrieben. Ich finde die Idee hinter Harry Potter gut. Ich mag auch die Filme zum Beispiel sehr gerne. Aber ich finde den Schreibstil finde ich einfach nicht gut. Interessant. Und damit mache ich mir sehr viele Feinde, weil ich das sehr offen kommuniziere. Da ist tatsächlich, also ich mochte Harry Potter immer sehr gerne. Ich bin halt nicht, ich finde es immer albern, jemanden als Feind zu betrachten, wenn er ein Buch nicht mag, das du nicht mochtest. Das Internet ist halt leider traurig manchmal. Aber ich fand tatsächlich immer nicht die hohe Literaturkunst oder sowas. Harry Potter war für mich immer so, also früher, inzwischen gibt es ein paar Probleme damit leider, aber war so ein sehr schönes Wohlfühlbuch einfach so. Es war einfach eine Welt, in der ich mich gerne aufgehalten habe als Leser. Und das war für mich, das war sogar eins der wenigen Bücher, die ich mehrfach gelesen habe. Oh krass. Weil ich sonst, ich bin jemand, der sehr, mir geht es bei einer Story sehr um das Ende. Also im Sinne von auch rauszufinden, was ist das Mysterium, worum geht es eigentlich, die Geheimnisse der Story aufzudecken. Wenn ich das dann mal weiß und habe, bin ich null motiviert, es nochmal zu lesen. Ich habe sehr wenige Sachen in meinem Leben mehrfach gelesen oder auch geschaut. Verstehe ich. Und Harry Potter war eins der wenigen, weil da einfach, ich dachte so, ich bin einfach gerne in Hogwarts. Also ich würde auch einfach nur Unterrichtsstunden dort lesen. Eins der wenigen anderen war Name des Windes, das habe ich für den Schreibstil einfach gerne nochmal gelesen. Leider ist der Autor inzwischen seit 10 Jahren am dritten Band dran. Oh. Das George R. R. Martin-Syndrom. Witzigerweise kam der letzte Band exakt zur gleichen Zeit ungefähr raus, wie das letzte Game of Thrones Buch. Und neulich gab es einen Betrunken, es muss betrunken gewesen sein, glaube ich. Nur kurz, wir können den Kompass noch umstellen. Ah, gerne. Brauchst du irgendwas? Nö. Oder hilft dir die Bastion-Geschichte gerade noch? Äh, nee, nee. Also ich brauche gar nichts gerade. Nimm, was du möchtest. Die Bastion hat gerade keine Gefahr. Dann nehmen wir einfach mehr Geld. Jawohl. Geld ist immer gut. Ähm. Und neulich gab es, also vor einem Jahr oder sowas, hat die Herausgeberin von diesem Autor, von Name des Windes, hat geschrieben auf Facebook, dass sie immer noch keine Seite von diesem Buch gelesen hat. Und das, es ist seit zehn Jahren, also angeblich in Arbeit. Aber, inzwischen habe ich auch alle Hoffnung aufgegeben, dass es je kommt. Oh no. Oh no. Das klingt furchtbar. Ja, es ist ganz schade. Weil im Chat gefragt wird, also ich habe Harry Potter sowohl auf Englisch, als auch auf Deutsch probiert. Ähm, als Jugendliche. Weil es alle gelesen haben, um mich rum. Und ich dachte, wenn das alle lesen, dann muss ich es doch bestimmt auch mögen. So. ich habe beides probiert. Ähm, und mich hat es bei, also, den ersten Teil habe ich auf Deutsch durchgeboxt, und den zweiten Teil habe ich auf Deutsch und auf Englisch probiert und habe bei beidem einfach aufgehört zu lesen, weil es mich nicht abgeholt hat. Und das muss echt was heißen, weil ich eigentlich, also ich bin so jemand, wenn mich ein Buch fesselt, dann lese ich auch 400 bis 600 Seiten am Tag. Also dann lese ich einfach durch. Und das ist einfach nicht mein Schreibstil. Interessant. Was ich gut geschrieben fand, war die ersten zwei Teile von Aragorn. Mhm. Die haben mich auch gefangen. Und da hat mich dann, der dritte hat mich dann verloren. Weiß ich, der dritte Teil, also der war ja, ursprünglich war Aragorn ja, ist ein Dreiteiler geplant. Und der dritte hat sich angefühlt, als würde Christopher Paulini jetzt gerne auf Zwang noch einen vierten schreiben wollen, weil es finanziell gerade so gut läuft. Und das würde eher einfach künstlich in die Länge ziehen, statt die Geschichte abzuschließen. Und das fand ich nicht mehr gut. Verstehe. Also ich habe auch das Gefühl, eine der größten Herausforderungen, wenn es um Fantasy geht, ist, dass viele Fantasy-Autoren, also ich liebe Magie, ich liebe Übernatürliches, aber ich kann das überhaupt nicht, wenn sich Magie und Übernatürliches nicht an Regeln hält. Ich mag das nicht, wenn du das Gefühl hast, dass die Magie dann Logiklücken füllen muss in einer Geschichte. Oder wenn du merkst, okay, der Autor hat im ersten Buch all seine Spannung quasi schon verheizt und findet keine neue Spannung mehr. Und dann findet er sie mit so komischen, magischen Ausreden. Und das finde ich halt persönlich nicht so erfüllend beim Lesen. Ich lese lieber eine Trilogie, wo du über die drei Teile einen Gegner hast, der super mächtig ist und du hast dazwischen kleinere Zwischenziele. Als du hast einen mächtigen Gegner, besiegst den und im zweiten Teil kommt jemand und das ist so ein, boah, wir dachten, der Erste wäre der krasseste, aber jetzt plötzlich ist der Zweite noch viel krasser, als der Erste jemals hätte sein können. Das ist dann so ein, ah, okay. Das Manga-Syndrom quasi. Das Manga-Syndrom. Das mag ich lustigerweise. Ich finde es, bei Anime finde ich es okay, weil da hat das so einen Anime-Charme, aber bei klassischer Literatur finde ich es ganz furchtbar. Mhm. Verstehe. Ja, aber also, wenn du das jetzt, wenn du jetzt schon so direkt hier... Oh, und einer, ganz großer Fan und die Nebel von Avalon. War das Marion Simmer-Bradley? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Weiß gar nicht. Das habe ich nie gelesen, aber habe ich Gutes drüber gehört. Finde ich mega gut. Habe ich mit irgendwie zehn oder elf geschenkt bekommen. Da drin werden Sex-Szenen beschrieben. Da bin ich bis zu der Sex-Szene gekommen. Dann war mir das so unangenehm, dass ich es zur Seite gelegt habe. Und dann habe ich es mit 14 nochmal angefangen und verschlungen, weil da kam ich dann drüber und fand es nicht mehr so peinlich, sondern eher spannend. Verstehe, verstehe. Aber wenn du schon mit Magie und Regeln und sowas, dann zwingst du mir jetzt den Missionars-Modus fast schon auf, Pia. Den Missionars-Modus? Dir meinen Lieblingsautoren näher zu bringen. Ich bin schon in Marcomenia für die 41 Monate. Denn der macht tatsächlich, der ist bekannt für seine sehr ausgefallenen, aber sehr logisch durchstrukturierten Magiesysteme. zum Beispiel sein Haupt-Modus. Das erste große Werk war die Mistborn-Trilogie, Kinder des Nebels, wo Magie auf Metallen basiert. Also Magie ist im Grunde basiert auf Magnetismus und die Magier können halt Metalle kontrollieren. Das wurde mir schon vorgestellt mit genau dem gleichen Anfang, mit dem gleichen Buch, das vorgeschlagen wird, mit dem Magiesystem und aufgrund von der gleichen Diskussion. Also du bist auf einem guten Missionarsweg. Es ist tatsächlich schon ganz oben auf meiner Liste für, wenn ich wieder Fantasy-Bücher lese. Ja. Ist das wahrscheinlich der Einstieg. Weil man, also man muss wirklich, wenn man ihn kennt und du genau das eben sagst, was du gerade gesagt hast, muss man einfach sofort daran denken. Es überrascht mich gar nicht, dass irgendein anderer Fantasy-Fan es dir auch schon mal empfohlen hat. Und eine zweite Sache, die für Brandon Sanderson spricht, du hast ein viel glücklicheres Leben als Brandon Sanderson-Fan als als George R. R. Martin-Fan zum Beispiel. Weil, weil der Typ schreibt wie ein Irrer. Und man, es ist nicht nachvollziehbar. Aber er kam jetzt neulich um die Ecke und du musst dir das vorstellen, der Typ haut schon so ungefähr im Jahr 1000 Seiten Roman raus. und die sind immer gut. Und er macht nebenbei noch, um sich abzulenken, schreibt noch irgendwelche Novellen und Comics und Kurzgeschichten, macht einen Podcast übers Schreiben und so. Also du verstehst es jetzt schon nicht, wie er das alles hinkriegt. Hm. Jetzt hat er neulich ein YouTube-Video rausgehauen. Ähm, Leute, ich muss euch ein Geständnis machen. Ich hatte in der Pandemie, musste ich ein bisschen irgendwie, brauchte ich einen Coping-Mechanismus. Ich hab in den letzten zwei Jahren heimlich vier Bücher geschrieben. Noch neben den Sachen, die ich eh schon die ganze Zeit veröffentlicht habe. Und er hat jetzt, er hat jetzt einen Kickstarter gemacht, für, äh, für, dass du im Jahr 2023 alle drei Monate halt eins von diesen Büchern von ihm bekommst. Und dieser Kickstarter hatte irgendwie innerhalb von einem Tag, war der, glaube ich, bei 20 bis 30 Millionen Dollar. Alter. Ähm, und ich weiß nicht, wo er jetzt steht. Vielleicht kann das jemand im Chat mal nachschauen. Ähm, aber weißt du, wenn du halt irgendwie mal denkst, ich hätte gern, ich würde mir wünschen, dass mein Lieblingsautor jemand ist, bei dem ich mich nie fragen muss, oh, ich brauche was zu lesen, es gibt nichts mehr, dann liest Brandon Sanderson. Es ist wundervoll. Es ist ein so schönes Leben, Brandon Sanderson-Fan zu sein. Weil du einfach, aber du brauchst auch keine anderen Bücher mehr. Du musst nie wieder in eine Buchhandlung gehen. Du wartest nur bis bei seinem Shop, was neu ist, aufploppt. Und das Gute ist, ähm, der schreibt halt auch, der schreibt Fantasy, epische Fantasy, er schreibt Young Adult Sci-Fi, er schreibt halt auch, er schreibt Superhelden-Romane. Ähm, also, du musst auch nicht denken, oh, das ist der eine Autor, das langweilt mich irgendwann, weil der immer das Gleiche macht. Nee, ähm, der hat, der hat, eine seiner Reihen ist inzwischen Western-Fantasy. Ähm, weil er tatsächlich mal etwas macht, was kein anderer Fantasy-Autor je macht. Er hat mal in seiner Welt tatsächlich die Zeit voranschreiten lassen. Und das Lustige ist, das ist die Fantasy-Welt von ihm, wo, wo die Metallmagier drin sind. Ja. du hast halt dann auf einmal Pistolen und musst dir die Frage stellen, wie gehst du denn mit Pistolen um, wenn die Magier in deiner Welt Metallmagier sind. Ähm, und dann gibt es halt tatsächlich Waffenschmiede, die spezielle Magier-Killer-Kugeln erschaffen, die, äh, ohne Metall funktionieren. Weil das eine logische Sache ist, die du in dieser Welt halt brauchst. Das ist geil. Oh, ich liebe sowas. Boah, ich liebe Worldbuilding. Siehst du, siehst du, ja, genau, alles, was du gerade beschrieben hast, hat Brandon Sanderson. Das ist schön. Ich, ich liebe sowas, ich liebe sowas so sehr, wirklich. Ich finde sowas so großartig. Ich glaube, eine der meisten Dinge, über die ich, also einfach raus tilte, ähm, bei den Harry Potter Sachen. Ähm, und ich finde Harry Potter ja grundsätzlich schon sehr gut. Und ich finde, also von dem, nochmal, ich finde den Schreibstil, der holt mich nicht ab. Aber ich finde die Geschichte und die Idee der Geschichte, finde ich gut. Und ich finde die Idee, dass du halt bei Harry Potter so einen großen Erzfeind hast und so Zwischensteps dazwischen hast, finde ich halt interessant zu lesen. Aber eine der Dinge, die mich in den Filmen, und da kann ich nur über die Filme reden, weil ich hab die Bücher nach dem zweiten Teil nicht weitergelesen. Etwas, was mich in den Filmen immer ein bisschen gestört hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass erst ab dem sechsten Teil so wirklich klar definiert war, wie Voldemort funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass davor auch, also nicht nur, dass du als Leser so ein bisschen ein Mysterium dahinter hattest, sondern ich hab auch das Gefühl, dass die Vorstellung davon, wie Voldemort funktioniert, warum er noch existiert, dass er seine Seele aufspaltet auf unterschiedliche Gegenstände, die du dann zerstören musst. Ich habe das Gefühl, dass diese Idee erst viele Jahre into the story entstanden ist. und deswegen fühlt sie sich in manchen Bereichen für mich nicht ganz schlüssig an. Oder zum Beispiel auch die Geschichte mit dem magischen Umhang, wo es halt dann den Harry, ich glaube, im zweiten Teil bekommt, wo Ron halt sagt, boah, die solche Umhänge sind unfassbar selten und im sechsten oder im siebten Teil erfährst du, die sind nicht nur unfassbar selten, sondern diesen Umhang gibt es nur ein einziges Mal. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber an solchen Dingen hänge ich mich dann auf, weil ich halt nicht aufhören kann, dann darüber nachzudenken, so what the fuck. Und ich liebe es, wenn Schriftsteller mehrere Bänder schreiben und du einfach vom Anfang bis zum Ende, du merkst, dass sich zwar die Geschichte auch weiterentwickelt und inspirieren hat lassen, aber die Grundregeln und Konzepte konstant sind und nicht Dinge editiert werden zu den Grundregeln und sowas finde ich halt mega cool. Das stimmt. Ja, ich fand da auch bei Harry Potter wurde am Ende auch in den Büchern irgendwie sehr draus, also es wurde auch irgendwie so sehr viel, sag ich mal, die Story wurde sehr mit Rules-Lowering entschieden am Ende, hatte ich den Eindruck. Und wem jetzt der Zauberstab gehört, haben wir jetzt über fünf Ecken definiert und das entscheidet dann die Story. Nicht, ob irgendwie Harry inzwischen ein besserer Zauberer ist, sondern nee, weil Draco Malfoy der rechtmäßige Besitzer des Zauberstabs ist über drei Regelschlupflöcher, besiegt Harry jetzt Voldemort im Zauberer-Duell. So, wait, what? Das ist jetzt die epische Konklusio dieser Geschichte. Fand ich auch. So, ich würde jetzt eigentlich kurz mal sagen, dass wir uns hier so, wo die Ballons gerade stehen, aufstellen und ihn dann so richtig im Tal wegballern, wenn er hochstürmen muss. Was meinst du? Jawohl. Machen wir gerne. Das klingt doch auch noch etwas, was Artillerie Pia mit Freude machen kann. Artillerie Pia macht sowas unfassbar gerne. Artillerie Pia mag den Titel Artillerie Pia auch gerne. Harry Potter's einzig besondere Kraft ist, dass seine Eltern ihn geliebt haben. Das ist für mich auch immer so ein riesiges Rätsel gewesen. Diese, die Liebe, als ob die anderen Eltern ihre Kinder, die getötet wurden, sind nicht über alles geliebt hätten. Ja, das habe ich auch nie kapiert. Das finde ich, also da bin ich, aber da bin ich auch einfach zu sehr Dark-Fantasy-Liebhaberin. Das ist mir einfach, das ist mir zu viel kuscheln. Ich will nicht, ich will als Grund, warum du den schlimmsten Zauberer aller Welt überlebt hast, will ich nicht. Meine Mama hat mich geliebt. Ich will, meine Mutter hat irgendjemanden anderen geopfert dafür und hat sich, keine Ahnung was, ich will brutale, gruselige, also das ist ja auch nur subjektiv. Das soll keine Kritik an der Geschichte sein, das ist einfach ein anderer Schreibstil und eine andere Erwartungshaltung. Aber ich liebe blutrünstige Geschichten, ich liebe Dark-Fantasy und diese Liebe ist es Erklärung finde ich halt einfach so, yo, nee. Ja, vor allem, also es war dann glaube ich schon, es war ja so gedacht, dass nicht nur seine Eltern haben ihn geliebt, sondern dieses Konkrete, dass sie für ihn gestorben sind, war das Ding. Aber auch da dachte ich mir, Leute, in einem mehrere Jahre andauernden magischen Krieg sind mehr Eltern gestorben. Wird das mehr passieren? Es werden sich mehr Eltern auch konkret geopfert haben, um ihre Kinder zu retten. So ganz hart gesprochen. Und deswegen fand ich auch immer, dass das nicht so funktioniert hat. So, wir sind bereit, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass wir einfach anfangen, dass du mit den Ballons vorfliegst und anfängst auf sie runterzuballern und sie damit hochlockst. Mit den Ballons, jawohl. Genau. Sie haben nämlich glaube ich keine Fernkämpfer, das heißt, sie müssen zu uns kommen und dann können wir sie richtig schön, ah, sie tun es auch. Ich muss gar nicht fliegen. Ja. So, und ich gehe ein bisschen mit den Truppen noch vor und habe die Pferde bereit, dass die uns nicht irgendwie blöd in der Flanke kommen können. Trotz allem muss man sagen, dass Harry Potter trotzdem mit einer der besten Buchverfilmungen ist, die es gibt, finde ich, was so Fantasy-Sachen angeht. Also, auf Fantasy bezogen. Weil es ist ja auch unfassbar schwer, so viele, so viel Geschriebenes dann auch quasi zu verfilmen. Und ich finde, da ist Harry Potter schon sehr gelungen. Vor allem für die Zeit, in der es entstanden ist, als noch nicht so viel Geld eingeplant wurde für Fantasy-Verfilmungen. Warte mal kurz. Ah, wir können hier noch Ahnenkrieger rufen. Na, das ist ein bisschen Quatsch gerade. Ja, da brechen sie ja schon zum Teil weg, bevor sie überhaupt ankommen. Herrlich. Also, gewinnen sollten wir es auf jeden Fall. Ich waff dich da jetzt auch noch ein bisschen vorne, damit du nicht wegbrichst. Ja, ich muss auch meine Heldin mal wieder herbringen. Die ist ein bisschen arg weit weg. Dann wollen wir... Pass nur auf, dass deine Pferdchen dir da nicht wegsterben. Ja. Wir sehen nämlich ein bisschen low aus. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen hier... meine Heldin auf ihren werfen. Oh je, das hat schön wehgetan. Oh, schön. Oh, diese Pferdchen sind tatsächlich gar nicht so toll, merke ich. Die werden im Nahkampf schon ganz gut... Ja, es kommt aber auch drauf an, wo du sie hinpackst. Du hast sie in die Vieh-Fraße reingeschickt. Das ist eine monströse Infanterie. Nee, aber auch da oben links ist so eine hier. Die hat nicht mal so ein Säbelzahnrudel geschafft. Ja, ich glaube, die sind auch vor allem für Bogenschützen. Das kann sein, ja. Ich glaube, das ist die Stärke, ja. Ja. Ich will auch, also weil das gerade im Chat drin steht, ich möchte damit nicht grundsätzlich den Filmen ihrer Existenzberechtigung absprechen oder den Geschichten. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, Dinge auf diese Art und Weise zu retten. Also das ist ja völlig fein. Weil wer ja gerade sagt, ja, aber sie hat das ja auch, das war eine gute Idee, das zu retten. Das ist absolut fein. Ich persönlich bin einfach nur nicht so ein Fan von Geschichten, in denen das Retten notwendig ist. Ja. Das ist einfach meine, meine subjektive Meinung. Und ich glaube mir, also ich finde, man darf Herr der Ring, man darf Harry Potter als eines der meistgelesenen Bücher weltweit auch einfach in der absoluten Königsdisziplin messen und vergleichen. Und ich finde, Harry Potter ist für das, wie oft es gelesen ist, absolut overrated vom Schreibstil und von der Qualität der Geschichte. Also da gibt es richtige Meisterwerke im Verhältnis und da finde ich es einfach nicht so krass. Es ergibt Sinn, warum es viral ging. Es ergibt absolut Sinn und es hat seine Berechtigung, dass es viral ging. Aber ich finde, es einfach overrated für das, wie viel viral es ging. so, ja. So. Oh, jetzt wird es jetzt vielleicht so im Nahkampf noch ein bisschen eng. Wo sind denn hier die ganzen Speerkämpfer? Rein da, Leute. Ah, einer der Ballons kommt gerade runter. Oh nein! Ja, die kriegen leider direkt Schaden hier und ich kriege die auch nicht. Also die sind halt zu langsam, um die auch ordentlich wegzubekommen. Ich versuche das jetzt nochmal. Aber es wird auch, es ist auch wichtig, dass du dir die besseren Ballons holst, ne? Das stimmt, das stimmt. Also eigentlich müssen die ja auch weg. Das stimmt. So gesehen tust du mir nur einen Gefallen. Genau, ich motiviere dich dazu. In dem du meine Armada modernisierst. Boah, das ist halt schon ordentlich, das hat es gerade ordentlich Interest da. Das bricht gerade ordentlich weg hier alles. Ja, ja, ich merke es. Ich schicke den Nahkämpfer noch mehr rein. Ja, ich merke schon, ich brauche noch ein bisschen mehr eine stärkere Frontlinie mit der Armee. Das ist auch nicht meine Hauptarmee, die ist noch nicht ganz so stark. Aber wir haben jetzt gleich ihren Helden weg, das ist gut. ich weh hier noch mal durch und dann muss die Armee sich ein bisschen regenerieren, tatsächlich. Wir haben's. Jawohl! Boah, das war ordentlich, holy shit. Ich dachte, das würde leichter gehen. Ich dachte auch, ich dachte auch. Wir haben sie auch ganz gut so im Ansturm dezimiert mit der Artillerie, aber dann haben sie, ähm, wenn die Oger halt mal da sind, ne, dann ist ihre, ihre Kampflinie doch noch mal relativ stark. Das ist halt rollendes Fleisch. Das rollt erst mal, ne? Das ist halt. Das ist rollendes Fleisch, richtig. Ähm, aber wir haben's ja geschafft. Wir haben's ja geschafft. Und ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen, diese Armee noch ein bisschen abzugraden. So, Lauf. Und dann... Rollladen. Wir kriegen den sogar noch weg hier. Hallo, Kobold. Gut, da verliere ich bisschen was, aber ist auch mal okay. Ich muss aber auch sagen, weil wir gerade immer vor Filmungen so gesprochen haben, also wenn ich jetzt ein Buch fertig kriegen würde und das würde sehr, sehr gut ankommen, dann würde ich mich eher dafür einsetzen, daraus ein Spiel als daraus einen Film zu machen. Weil ich einfach finde, dass Story-based, also Story-driven Games sind eine bessere Aufarbeitung für die visuelle Darstellung von Geschichten als Filme, weil du einfach viel mehr Tiefgründigkeit und Plot in einem Game mit 30 bis 80 Stunden Spielzeit packen kannst als in einem 2-Stunden-Film. Das stimmt. Wir müssen tatsächlich jetzt doch noch mal was führen, weil der will ja mir drei Einheiten wegnehmen. Ja, klar, ich kann den. Zwei davon die Drachenwache. Bretton Sanders hat übrigens auch, der ist sehr aktiv auf Reddit witzigerweise auch. Der hat mal irgendwie geschrieben, so, er würde CD Projekt Red die Lizenz für seine Bücher einfach schenken. Lol. Weil Witcher 3, das ist, wovon jeder Autor träumt an Umsetzung. Und das fand ich auch sehr amüsant. Und angeblich arbeitet er auch gerade an einem Computerspiel. Er hat bizarrerweise wohl recht guten Draht zu Epic Games. Nur eine ganz kurze Frage dazwischen gesprochen, auch ein bisschen eine zynische. Hat er das über CD Projekt Red vor Cyberpunk oder nach Cyberpunk gesagt? Ich glaube vor dem Release von Cyberpunk. Und, äh, ja. So, also der Plan wäre jetzt hier einfach diese Oga einfach wegzuschießen aus der Ferne, dass sie gar nicht rankommen. Jawohl. Ich gebe dir einfach mal die ganz weit schießenden Sachen und ich selber nehme die Armbrustschützen und dann hauen wir die halt einfach hier weg. Die kommen ja gar nicht ran, glaube ich. Und, genau. Aber er hat, das ist interessant, dass der ein Draht zu, äh, äh...